Das Vorarlberger Medienhaus will seine Unternehmen unter der Dachmarke Russ Media vereinen. Bisher tritt die Gruppe in den diversen Ländern von Deutschland bis Rumänien unter verschiedenen Namen auf. Der regionale Zeitungsverlag habe sich zu einem europaweit tätigen Medienunternehmen entwickelt und wolle dem veränderten Anspruch gerecht werden, sagt Geschäftsführer Eugen Russ. Die Markennamen der einzelnen Medienprodukte sollen erhalten bleiben.